Hallo! 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 Und wenn ihr wissen wollt, könnt ihr auf die Höhe meines Ginitals die Sicht wechseln, ansonsten wird gleich irgendwann beginnen. Auf der Höhe meines Ginitals? Ich hab jetzt hier so einen süßen Flauschebär hier, der ist ganz flauschig. Ich bin da mal Teams gekriegt, wie nennt man das? Vorsichtig positiv gestimmt. Oh Dalo, wir sind wieder im Team. Nee nee nee, ich glaube, Peter, ich und Jay. Der Bär darf nicht runterfallen. Oder so, das kann auch sein. Vorsichtig positiv, was könnte das denn bedeuten? Dass du dabei bist, aber er nicht akzeptieren. Guck mal, er hat auch Big Blue genommen. Dalo ist auf jeden Fall der Fall mit Dalo. Einfach ein nicer Gegenpol da. Na gut, zu Dalo halt. Dalo, Christian und Jay, okay. Wir machen das jetzt. Na, Braum und Peter, wir machen das. Man hat immer Angst, dass halt Dalo alle abschießt. Ich mag ja Jay nicht, dass er seine Map-Auswahl hier bevorzugt hat. Gib Gas, ich will Spaß. Aber das war meine Map, oder? Nee, Jay hat auch Big Blue und die hat den nur gewählt, weil er mit Dalo am Team ist. Achso, das stimmt dann. Heißt, er hat quasi... Da ist hier mal einer Fett reingefahren. Ja. Hab ich gar nicht dran gedacht. Nein! Ohhhh! Ja doch, ich hab nicht dran gedacht, dass ihr den Vorteil nicht habt. Ja, da hab ich nicht dran gedacht. Ja, hallo, ach komm schon, wieso fährst du denn so behindert? Warum nehm ich denn die ganzen Bananen mit? Geht mir doch trotzdem auf den Sack. Ja, das war mein Absicht. Ram, wir machen das hier. Alter, scheiße. Du hast ja schon eine Verteidigung, aber schieß die nicht einfach nach hinten, okay? Ja, ich will die, wenn... Seid ihr gerade eins? Zwei, boys? Ja. Ja, easy game. Okay, I like that very much. Wo bist denn du, Peter? Alter, Sepp, du hättest mich fast gekochen! Mann! Was kommt denn alles an? Ich hab extra noch gefragt, weil das... Ja, du hast gefragt, da hast du schon geworfen! Weil das nicht so angehört hat, als wenn du weiter weg wärst. Scheiße, das bin ich nicht. Sorry, Peter. Sepp sagt easy game und was passiert mir? Fünf Millisekunden später frag ich ne Banane. Ja, ich auch. So fühlst du easy game, ey. Ja, ich bin jetzt Fünfter, ey, scheiße. Wir machen das aber noch, Boys. Okay, dann können wir noch das schmeißen. Oh, da ist ne Bombe. Oh! Dann können wir noch das schmeißen. Okay, Bram, du bist... Du bist hinter mir, ne? Weiter! Schmeiß! Jetzt! Wie könnt ihr denn alle genauso... Ich glaub, das hat jemanden getroffen sogar. Ja, das ist nicht getroffen. Ja, mich nicht. Das ist das Wichtigste. Oh, Jay ist runtergesprungen! Okay, Bram, bist du rechts oder links unterwegs? Ich bin rechts, ich bin rechts unter dir genau. What? Jawoll! Okay. Warum? Ähm, du hast mir genau ins Gesicht gespielt. Und da hab ich noch ne Rote für Peder! Boom! Yes! Yes, Alter! Yes! Wir sind erst jetzt weiter drüchte geworden! Buh, 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 buh! Was war da denn los? Buuu! Sehr gut, Team. Peder wir sind ne Bombe auf Bram, ich dann die Rote auf Peder. Dann waren sie ausgenommen. Ich hab dir doch extra gesagt, natürlich schon zu dir bin. Oh, da war dann der taumelnde Peder, der dann in Brale gesnackt hat. Du fragst mich doch auf welcher Bahn ich bin, ich bin auch auf der rechten Ja genau, rechts oder links, und hast du rechts gesagt? Ja genau, und ihr wart auch rechts Ich sag rechts und das schwachste Ding Ich hatte verstanden, dass du nicht auf meiner Bahn bist Ich glaub wir haben leichte Kommunikationsschwierigkeiten im Team Egal, egal, haben die halt einen kleinen Vorsprung Ich hab zugegebenermaßen richtig dumm geguckt Ich guck gerade auch dumm Ich hätte schwört gehört, dass du gesagt hast, du bist auf der anderen Seite Ich bin auch rechts, alles klar, Dennis Klasse Viel Spaß mit der Bombe Das war böse Aber weil ich jetzt weiß ist, wenn du ein Item hinten dranhängen hast Du bist von der Bombe getroffen und ist weg Jaja Danach, weil es mit explodiert hat Ich konnte mich dann gar nicht mehr über die Rote ärgern tatsächlich Weil ich so verwirrt war einfach nur, was ich da angestellt hab Weißt du, wie so ein Mörder, der sich seine blutenden Hände anschaut Und ich weiß, was er gerade getan hat Macht nichts Hast du das schon mal gemacht, Peter, dass du weißt, wie das sich anfühlt Oh Leute, ich hab die Falsch genug Serie gesehen Ach, immer wenn ich so einen Quatsch mache, ey Shit Oh, die Rote hat mich ja voll gehittet Komm on, ey Hast du denn grad die Rote abgekommen? Was? Ich hab kein M gekriegt Fuck Ach, die hat mich auch getroffen Nein! Wer war das denn? Alter! Tja, die haben uns beide mit einer Grünen getroffen Warum? Wie geht das denn? Mit einer Grünen hab ich zwei getroffen Das stimmt Ja, das ist voll crazy Ich dachte gerade, help Ja, wir sind Team Blau Ja, wir sind Team Blau Warum ist meine Rote dann auf dich geflogen? Keine Ahnung, ist auch egal Vielleicht, weil er im Weg war Vielleicht, weil er im Weg war Wahrscheinlich, weil ich im Weg war oder so Ja Ja Sag was da Oh, die Bombe, die war was los Ne, 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 ich hab euch überholen lassen, damit ich Feuer nach hinten schießen konnte Wollte nur wissen, wo ihr wart Ja, ich musste auch die Bombe nach hinten schmeißen Oh, Jay, das tut gut Peter, das sieht nicht gut aus für uns hier hinten Nein, ich krieg die nicht eingeholt Ich krieg auch nichts zum Schießen, sondern nur ein bisschen schneller Aber die sind auch schnell So, jetzt, nicht hintergefahren Jetzt kommen sie mit Sternen LOL Da kommt von vorne so eine Grüne ein War das denn da hängen? Nee Nee Oh, das feiert jetzt echt an, Lucky Schieß Nein, Danus vor mir Mach, mach irgendwann das Jetzt schieß ich Fuck, jetzt haben wir keine Items in der Näste Oh, das könnte gut sein, ich hab Jay die Items geklaut Yes Ich konnte noch ein Items klauen Tablan hat die Rote geklaut Yes Boah Das ist schlecht Oh, ich kann noch Das war so knapp, einfach nur Frida noch gewonnen, das war gut Der Fehler hat Peter Das ist nicht schlimm Team, alles gut, wir führen noch Das war gut Ja noch Also nur noch vier Punkte Vorsprung, das ist schlecht Aus 10 und 4 Boah, das war wichtig Wie viel seid ihr eigentlich weiter vorne als ich? Ich drück die ganze Zeit wie ein Blöden und Fährst immer noch oder was? Ich hab gerechnet im Zwischenstand Kopf 12 zu 10 und 6 6 zu 5 5 Mhm Hm Jayte, Mathe-Leistung, der kann das einfach Ja ich weiß, aber Kopf rechtlich würde ich trotzdem nicht gut Aber dat krieg ich auch hin Nein, 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 nein Nein, 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 nein Jey, böser Finger Böser Finger, Böser Finger, Böser Hand Nein! Direkt auf Strahlen! Ey, was ist das? Kann die... Wahnsinn! Aber die hasst jeder! Ist okay! Ich find die gut! Ja okay, aber kannst du die auf Wahnsinn? Klar! Nein! Hier echt Einigkeit! Ohhhh, das kann nicht sein, ey! Läuft hart hier! Alter, was ist denn da passiert? Nein! Ich hab einen blauen getroffen, aber dafür zwei rote! Oh! Direkte Double! Peter! Peter, nicht so schnell bitte! Ach komm schon! Lass Jayman alleine vorfahren, ja? Oh nein! Peter, du bist genau vor mir gespawnt! Hab ich dich getroffen? Nee, du hast mich nicht getroffen, alles gut! Ey, nicht überholen! Der hat ja meinen Pilz geklaut! Jay, ich halte die Arme auf! Alles gut! Mach mal! Alter, hab ich jetzt schon wieder dich getroffen! LOL, du kannst auf den Zügel langfahren! Alter, ich bin zufrieden! Easy, wir machen halt jetzt noch! Ich tue mir echt mein bestes Peter, aber versuch doch mich nicht mehr zu töten! Mach einfach alles! Oh shit! Was ist denn da passiert? Wie da passiert? Da, du, wir sagen einfach mal nix, ja? Es gab da schon ein paar Probleme! Moment, wann wir hatten das? Das war von Peter! Achso! Wollte Peter ja nicht die Gewinnstuhen geben, da der zwei Leute getroffen hat! Oh scheiße, jetzt bin ich erster und krieg nur Gummel-Items! Ja, als erster krieg ich mal immer Rode! Alter, die Bombe! Hey, jetzt müsstest du es aber auch wissen! Hat die Bombe getroffen, irgendwas? Ja, sowas von Hardcore mich! Okay, dann ist es gut! Oh, ich kann Christian noch wegballern! Nein! Jetzt hat der einen Stern, scheiße! Schieß mal nach vorne mit der grünen, ne? Sicher ist sicher! Ah ja! Christian getroffen auf der Linie! Das letzte Mal konnte ich nix dafür brauchen, aber davor schon! Okay, wie sieht das aus? Das war geil! Wir haben Punkte gewonnen, wir haben Punkte gewonnen! Das war geil, Jungs! Das war überhaupt nicht geil! Wer hat den jetzt zweimal dran weggemacht? Scheiße! Das war ganz schön ärgerlich! Das war jetzt gerade geworfen! Also, ich muss sagen, das war jetzt geil, die Runde! Die war richtig scheiße! Die war echt nice! Also, warum stand auf der Linie und fokussst du dich nicht, ja? Kein Problem, alles gut! Ich tu echt mein Bestes, ja? Nein, warum das ist die falsche Web? Herrlich! Ja genau, ich tu mein Bestes! Da du Gegner-Team erst mal Big Blue nehmt! Ja, so gut es darf die Web auch nicht hinbekommen! Die scheiß Abkürzung kann doch jeder benutzen! Schau mal! Big Blue ist wenigstens eine Strecke, wo ich nicht blöd runterfalle! Bruder, dafür krieg ich nur einen Punkt! Das ist... Big Blue kommt echt hart drauf an, was für ein Item du am Ende noch willst! Ich glaub, wenn einer von uns Dritter wird, haben wir gewonnen! Egal, es muss nur eine Dritter werden! Wir müssen alle... Ja, dann mach das, der Halu! Wir sind jetzt schon auf meine Kappe, dass wir verlieren! Später! Nein, alles gut, Peter! Eigentlich hat es das auch wirkt! Erst auf der Polarkappe-Welt konntest du nichts mehr! In der letzten Folge haben wir doch auch die Dings gewonnen, oder? Ich finde halt auch voll gemein, dass Dalu immer nur gut ist, wenn er nicht in meinem Team ist! Hä, wir haben gewonnen! Ja, aber du warst schlecht! Überleg mal, woran das wohl liegt! Aber du warst schlecht! Vielleicht, weil ich auf Team spiele, manchmal musst du Punkte holen, manchmal musst du verteidigen! Oh nein! Ach man, jetzt ist die Rotan-J vorbeigeflogen, ey! Wat'n Scheiß! Mist! Ich hab nichts geschossen! Ich hab nichts gehabt! Ich hab nichts gehabt! Jawoll, schön! Ja, ich werd locker Sechster, Leute! Ihr müsst euch anstrengen! Oh, die Abkürzung so gerade noch gekriegt! Ich hab die Abkürzung abgeschafft! Ich bin ganz weit geflogen! Alter, das war so close! Nice, Dalu! Hat sich gelohnt, dass wir Big Blue bekommen haben! Okay, ich hab zwei Defense-Items! Okay, die ist vorne, ne? Bram greift an! Bram ist Zweiter! Bram ist Dritter! Bram ist Zweiter! Nein, Bram hat mich noch gefressen! Nein! Bram ist... Oh, J hat Feuer! Oh, J hat Feuer! Nein, hat Feuer! Irgendwo ist Bram! Die sind Zweiter und... Vorne! Zweiter und Zweiter! Nee, jetzt... Zweiter und Zweiter! Oh, ich hab keine Ahnung gekriegt! Das darf mir gleich nicht passieren! Da kommt die erste Rode... Und die zweite Rode und ich bin durch! Nice! Und ich bin noch mal so... Nein! Der hat alles noch... Möppi! 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 Ah, das lief nicht so gut! Ah ja! Nee, das lief nicht so gut! Aber manchmal hatten wir auch einfach Pech! Ich sagte, ey, Dalu echt gut gespielt! Ich sagte, ey, Dalu echt gut gespielt! Ja, muss man sagen! Puh! Das war ein richtig gutes Aufholen! Dalu, wenn man von vornherein in eine positive Attitude da rangeht, ja? Dann läuft das auch! Ein Steiger schon von vornherein! Komm, wir haben euch den Sieg geschenkt, ja? Auf selber schnell! Komm, ey! Jetzt... Jetzt tun wir nicht so, hier! Schlechter Schnopfverlierer! Ich hab euch den Sieg geschenkt! Peter, ich hab versucht euch das leicht zu machen und ihr habt das nicht geschafft! Ja, siehste? Guck mal, ey! Das ist ja mal so nett! Naja! Ach ja! Aber ich hab's geschafft! Da hat er kein Krönchen mehr! Sag ich ja! Bisschen bitter, ey! Wer ist denn die Hauptkamera? Dennis? Ich bin die Hauptkamera! Ich muss die Abwand machen! Vielen, vielen Dank für den Zuschauen! Lass doch mal einen Daumen da! Und ich finde, lass doch mal einen extra Daumen da für Peter! Aber einen positiven, ja? Weil, der hat mich zwar getroffen und der war verwirrt, aber der war trotzdem Teamwork, weil das war kein Rumgezeter, sondern man hat einfach gesehen, da ist halt mal ein Fehler passiert, ja? Der hat uns halt den Sieg gekostet, das ist jetzt halt eine Scheißsache! Hat dafür gesorgt, dass Team Blau halt erster werden konnte! Aber wir hatten trotzdem Spaß und deswegen gibts einen Daumen nach oben, haut rein! Tschüss und tschüss! Das ist das Wichtigste! Ciao! Bis zum nächsten Mal!